Wie sind die künftigen Segel auf dem Globus, in Europa, in Nürnberg gestellt, weltweit vor Dächer des Lebens, Firmbike No Limits. Warum diese Aufsage in dieser Form? Weil man sehr überlegen muss, wohin nicht nur der Dampfer hier, sondern der Dampfer des Lebens tendiert, bewusst tendiert. Jetzt könnte man wieder sagen, er fährt. Den Dieren, tendieren, setzt man anders ein. Aber es hat Gründe, warum ich das Wort tendieren eingesetzt habe. Damit es auffällt. Ja, was redet denn der da? Weißt ja nicht, wie das Wort einzusetzen ist. Leckerland, könnt ihr auch mal Charity unterstützen. Guten Tag. Werbung schadet nur dem, der keine hat, die man nicht wahrnimmt. Ja, was soll man da sagen, ne? Bei diesen vorkommenden Sennen, Plural, was ich heute so alles am Apparat erlebt habe. Und dann sagt dann die Nachbarin, sie schlafen doch den ganzen Tag. Wieder pauschal, ohne Hirn oder gut überwacht. Das ist die Frage. Wenn sie natürlich hier Spionkameras aufgebaut hat, unerlaubterweise, wie auch andere Gegenstände, nur geduldet, dann verstehe ich das, dass sie das weiß. Guten Tag. Mehr Mensch. Hallo. Hören Sie mich? Hören Sie mich? Ja, ja. Ich spreche nur über mehr Mensch. Ach, das ist verboten. Oh, ich entschuldige mich in Deutschland dafür. Danke. Gara, kommentativ.